Die Hitze im Mittelmeerraum bleibt weiterhin sehr extrem. Gestern wurden auf Sizilien an einer Wetterstation 48,8 Grad gemessen. Wenn denn dieser Wert bestätigt wird, dann wäre es ein neuer Europa-Hitzerekord. Der Hitzerekord aktuell liegt bei 48,0 Grad, gemessen im Sommer 1977 in Griechenland. Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange bzw. das Ende der Hitze. Es geht in den kommenden Tagen extrem heiß weiter. Der Schwerpunkt dann Richtung Iberische Halbinsel. Dort steigen die Temperaturen ab heute dauerhaft bis mindestens Montag deutlich über die 40-Grad-Marke. Teilweise sagen die Prognosen punktuell 45 bis 48 Grad voraus. Vielleicht deutet sich da schon der nächste Hitzerekord für Europa an. All das jetzt gleich hier in diesem Wettervideo. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Ja, schauen wir uns erstmal an diesen Hitzerekord, wo er gemessen worden ist. Das sind die Temperaturen gestern gemessen in Sizilien. Und hier befindet sich die Wetterstation mit dem höchsten Wert 48,8 Grad. Drumherum Temperaturen um die 45, 46, 8, 45, 1. Also es fällt schon auf, dieser Wert ist schon ein ganzes Stück höher als die Temperaturen, die drumherum gemessen worden sind. Deswegen wie immer gibt es natürlich eine Untersuchung, eine amtliche Untersuchung von den Meteorologen, ob dieser Messwert denn so stimmt und ob er letztlich auch plausibel ist. Und danach erst wird dieser Messwert bestätigt oder eben auch vielleicht verworfen. Und das ist der Standort dieser Wetterstation, sieht eigentlich ganz ordentlich aus. Die nächsten Büsche und Bäume sind auch weit genug weg, ein bisschen anders als in Lingen. Da wurde ja auch erst ein Rekord gemessen. Ein Jahr später hat man festgestellt, nee, war kein Rekord. Die Büsche waren zu nah und sie waren zu hoch. Aber hier sieht es eigentlich recht ordentlich aus. Mal gucken, was am Ende nach der Überprüfung hier rauskommt. Ja, zurück zum Wetter in Europa insgesamt. Bei uns in Mitteleuropa ist heute das Hochelfi da und das bringt uns viel Sonnenschein. Aber die warmen Luftmassen rücken uns langsam auf die Pelle und das bedeutet auch heute messen wir teilweise wieder über 30 Grad im Südwesten des Landes. Gestern gab es ja im Südwesten schon 30 Grad, heute wahrscheinlich 31, 32 Grad. Und die ganz große Hitze erstreckt sich hier von der iberischen Halbinsel über Italien immer noch bis nach Griechenland. Wie geht es nun in den nächsten Tagen weiter? Das Hochelfi bleibt uns erhalten, auch am Wochenende viel Sonnenschein. Die Tiefs bleiben erstmal noch auf Abstand und die große Hitze, die breitet sich weiter hier im westlichen Mittelmeerraum aus. Und das zeigt auch nochmal sehr gut der aktuelle Luftmassenströmungsfilm mit den Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Eine enorme Hitzekuppel hier im gesamten westlichen Mittelmeerraum. Und da wird es eben in den kommenden Tagen auch sehr heiß werden, extrem heiß. Und natürlich ist auch Sonnenbrand ein Thema. Vor allen Dingen hier bei uns in Deutschland erreicht der UV-Index auch in den kommenden Tagen sehr hohe Werte. Deswegen nochmal die Info, bitte unbedingt eincremen, wenn man sich längere Zeit draußen in der Sonne auffällt. Beispielsweise im Freibad oder am Badesee. Sahara-Staub ist auch weiterhin ein Thema, der hat sich mittlerweile ausgebreitet. Vor allen Dingen hier über dem westlichen Mittelmeerraum. Ein kleiner Teil davon hat den Weg über die Alpen geschafft und ist heute bereits in Süddeutschland angekommen. Ja und die Temperaturen vor allen Dingen auf der iberischen Halbinsel und in Spanien sind wirklich extrem in den kommenden Tagen. Das sind mal die Höchsttemperaturen von heute. Verbreitet bis zu 40 Grad im Norden, aber auch im Süden 40 bis 41 Grad. Wir gehen die einzelnen Tage mal durch. Ja und morgen am Freitag dann schon hier in der Mitte und im Süden des Landes eine unerträgliche Hitze. Temperaturen um die 42 bis teilweise 46 Grad und auch der Samstag, der heizt schon wieder sehr stark ein. Im Norden 40 bis 42 Grad, in der Mitte und im Süden Temperaturen bis zu 47 Grad. So zumindest die einzelnen Punktprognosen auf dieser Wetterkarte. Und wir blicken nach Sonntag. Da sehen wir sogar, wenn wir genau hinschauen, eine 48 Grad, also unerträglich heiß. Am kommenden Wochenende in weiten Teilen der iberischen Halbinsel, vor allen Dingen in der Mitte und im Süden des Landes. Und auch am Montag ist die ganz große Hitze im Süden der Region noch immer nicht vorbei. Weiterhin Temperaturen von teilweise deutlich über 40 bis hin zu 46 Grad. Es ist also eine Hitzewelle, die dauert dort längere Zeit an. Und erst am Dienstag lässt die Hitze insgesamt deutlich nach. Auch im Norden Temperaturen nur noch so 26 bis 31, 32 Grad. Und hier im Süden des Landes noch mal knapp die 40, 41 Grad. Zum Vergleich mal der Blick nach Deutschland deutlich angenehmer. Also wenn in Spanien die Hitze zu groß ist dort unten, dann kann man mal einen Kurzurlaub planen. Hier am Wochenende bei uns in Deutschland die Temperaturen doch recht angenehm. Zumindest hier im Nordwesten morgen am Freitag so 22 bis 25 Grad. Im Rest des Landes auch heiß, aber nicht so heiß wie in Südwesteuropa. Bei weitem nicht so heiß. 31 bis 33 Grad am Freitag. Und wir blicken mal auf das Wochenende. Vor allen Dingen hier im Norden und Nordwesten deutlich kühler. 18 bis 22 Grad maximal. Am Oberrhein bis zu 32 Grad. Auch im Süden Bayerns um die 30 Grad. Und hier Richtung Berlin-Brandenburg Temperaturen am Samstag um die 28 Grad. Und auch der Sonntag bringt dann noch mal Hitze im Süden des Landes. Temperaturen in der Spitze um die 30 bis 32 Grad. Im Norden dagegen deutlich kühler. Gerade mal 18, 19 mit Ach und Krach 20 Grad. Im Osten so 23 bis 26 Grad. Ja und nächste Woche ist es dann auch im Westen vorbei. Mit der Hitze Temperaturen dann hier noch so um die 22 bis 26 Grad. An den Küsten um 20 Grad. Und wahrscheinlich hier im Osten noch mal heiß bis zu 31 Grad. Aber die Wetterlage wird dann schon ziemlich durchwachsen sein. Hier mal der Montag dargestellt. Vor allen Dingen im Süden des Landes neue, zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Wenn eben die Hitze vertrieben wird mit Starkregen, mit Sturm, mit Hagel. Das volle Programm. Die Unwetter kehren also am Montag spätestens nach Deutschland zurück. Und dann kann es hier und da wieder richtig ruppig werden. Und warum ist das so? Wir blicken mal auf die Prognose für den Montag, für die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und wir sehen, die Hitze wird abgedrängt aus Mitteleuropa. Sie rutscht weg. Und da kommt aus Nordwesten schon wieder kühle Luft zu uns nach Deutschland geströmt. Und dann ist die Hitze bei uns auch ganz schön schnell wieder vorbei. Hier mal exemplarisch das Städtewetter für Sevilla für die nächsten Tage. Und wir sehen hier Temperaturen über 40 Grad, 44 bis teilweise 46 Grad. Und das über mehrere Tage am Stück. Erst danach wird es zum Dienstag, Mittwoch etwas kühler. Und die Temperaturen sinken wieder unter die 40 Grad Marke. Aber es bleibt durchweg trocken. Regen, Niederschläge sind hier nicht in Sicht. Und wie gesagt, wenn die Spanier Abkühlung suchen. Ein Kurzurlaub in Deutschland bietet sich an. Hier mal Frankfurt am Main die Temperaturen in den kommenden Tagen doch relativ angenehm. Im Vergleich zu dem, was Spanien und Portugal erwartet. Werte um die 29 bis 30 Grad in den kommenden Tagen. Danach auch hier ab Montag wechselhafter. Und ein deutlicher Temperatursturz auf Werte um die 21 bis 23 Grad. Und es bleibt dann auch mal längere Zeit wechselhaft. Zum Schluss wie immer der Blick auf die Ensemble-Vorhersage. Und mittlerweile kristallisiert sich dann doch raus. Es wird kühler werden in der nächsten Woche. Die ganzen Ensembles rutschen nach unten. Auch die Ausreißer werden langsam weniger. Es gibt zwar immer noch einzelne Ausreißer Richtung 30 Grad Marke. Aber die halten sich stark in Grenzen. Insgesamt nächste Woche eine Abkühlung. Frankfurt am Main. Dann Temperaturen im Mittelgrade mal noch um 20 Grad. Danach könnte es zum Augustende noch mal wärmer werden mit Temperaturen Richtung 30 Grad Marke. Da machen wir aber noch ein großes Fragezeichen dahinter. Und beim Niederschlag zunächst trocken. Danach immer wieder Niederschlagssignale. Meist eben Schauer und Gewitter. Ja, das war's vom Wetter hier bei wetter.net. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Donnerstag. Tschüss und noch einen schönen Donnerstag.